Hallo, wir sind in der Quasi-Suite und kommen wir jetzt zu... Ah, und... Ich bin immer noch in meinem Wunderkampf. Einige haben wir gesagt, wir fällen wieder in dem Wunderkampf. Ja, und ich habe gerade auch zufrieden, zu dem... So, 99... wir haben... 9... 90. Ja. Wieder an der Ferne, wenn wir waren... Und da... Was hätte ich noch eigentlich? Und da sie sind wieder da. Leute, ich glaube, den 100-Kampf, den kann ich euch wirklich nicht empfehlen werden. Boah. Der ist zu schwierig. Da bräuchtet ihr vielleicht einen... Nee, kann man so alleine machen, aber vielleicht jemand anderen Kämpfer. Zum Beispiel, ähm... Aber man sagen, mit wen ich da machen kann. Der hat 99 erreicht. Ich bringe mir halt auch 99 erreicht. Die anderen, die werden auch schwieriger. Deswegen würde ich sagen, dass ich dann die 100-Kampf-Glauben-Vleich-Off-Screen mache. Also, dass ich das... Ich glaube, der wird dann irgendwann mal zeigen, aber die anderen Mut, die habe ich schon gezeigt. Wie ich weiß nicht genau, was ich in der 100-Kampf machen werde. Und jetzt... Auf jeden Fall... Auf jeden Fall... Gute an Informationen, die 100-Kampf... Keine Lücken... Keine Lücken... Und... 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 Und wir brauchen mindestens noch einen... Auf jeden Fall... Um ins Arm-Spot zu bekommen. Von Übertragung an Leckungsfertigen kann man auf den Kampus konzentrieren. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.